Ein Hallo und herzlich willkommen Freunde, ich bin es wieder euer Jesse und habe ich Pass of Exile 2 gehört? Ihr habt richtig gehört, Pass of Exile 2, ich hatte die Möglichkeit auf der Gamescom das Ganze anzuspielen und nicht nur anzuspielen, sondern auch gleich die neueste Klasse, die Druiden, welche sie dort angekündigt haben. Ich sage euch, wie es ist, es ist genauso schwer, wie man sich das vorstellen möchte, aber das war nicht alles. But wait, there's more. Dann wurde mir das Spiel von Jonathan Rogers, dem Game Director von Pass of Exile 2, gezeigt. Also es war, ich sage euch ganz ehrlich, wie es ist, es war wie auf der Universität damals. Ich war dort zusammen mit meiner Podcast-Kollegin, der Joey. Wir wurden von Jonathan abgeholt, in den Raum hinten hingeführt, wir wurden hingesetzt, er hat das Game gestartet, er hat uns den Druiden gezeigt und 25 Minuten lang alle Skills, Builds und sämtliche Informationen, die es vom Druiden gab, reingedrückt. Ja, hingesetzt, reingedrückt und zwar kein PR-Blabla oder Sonstiges, sondern Fakten, Fakten, Fakten. Wie die Sachen interagieren, was alles möglich ist und, und, und. Und nach meinem Blizzard-Interview, was ich am Vortag hatte mit dem Rod Ferguson und so weiter, fand ich das auch sehr, sehr gut mal, ohne dieses, ja, es steht auf der Liste und Sonstiges, einfach knallharte Fakten zu kriegen und Antworten auf die Fragen, wie zum Beispiel, ich habe gefragt, wofür jetzt eigentlich Gold da ist. Also Gold wird eine neue Ressource im Pass of Exile 2. Die Frage war, was mache ich jetzt mit dem Gold? Braucht ihr auch einen Inventarslot und so? Und der meinte eben, das ist nur im Early Game interessant, hinten fliegt das raus, dann kommen wieder die hochwertigen Orbs und so weiter mit rein, wie man es halt einfach aus POI 1 kennt. Ich greife auch ein bisschen vor, in der Version, die wir dann auch gespielt haben, habe ich das auch gesehen, du konntest mit Gold beim Händler alle möglichen Sachen kaufen. Früher mal im POI 1 war das so, brauchst du halt kleinere Orbs, um die Sachen zu holen. Hier konnte es dann einfach für Gold neue Ausrüstungsgegenstände oder andere Sachen einfach mitgeben. Auch auf die Frage hin, eben bezüglich einer API, ob Daten verfügbar sein werden und so weiter, war ein bisschen überrascht und meinte, ja, das wird es dementsprechend geben. Meine Frage, die Frage, die natürlich auch jeden anderen interessiert hatte, wäre, wie es mit der Komplexität aussieht. Weil, man muss mal fairerweise dazu sagen, egal wie gut POI aussieht und auch das POI 2, wie gut, verhältnismäßig sehr gut sich das spielt, wie dynamisch ist, wie die Sachen miteinander interagieren, vor allem eben auch in dem Showcase mit dem Droiden, wo du dann so einen Vulkan stellen kannst, den kannst du kanalisieren, wenn du den länger kanalisierst, explodiert der halt häufiger, du kannst aber mit dem Droiden noch rumstampfen und dadurch noch mehr Explosionen triggern. Also es ist durchaus möglich, hier richtige Traps für die Gegner zu bauen, ob das nicht zu viel wird für die Leute. Also auch eher im Sinne von dem Skillsystem, wie sie das ja überarbeitet haben, dass das jetzt nicht mehr direkt auf den Items ist, sondern dass du halt hier die Möglichkeit hast, das mit diesen Metagams und so weiter einzustellen. Ob das nicht so schwer ist, hat ein bisschen gelacht. Also man muss mir vielleicht auch fairerweise dazu sagen, als wir uns dort hingesetzt haben, war es eine erste Frage, ob wir Beo Pass of Exile schon mal gespielt haben und ich dachte mir, ich gebe jetzt ein bisschen an, ich habe schon 2000 Stunden gespielt, ich bekam so ein bisschen ein trauriges Mitleidslächeln, ah ganz nett, so nach dem Motto, schön, dass du das Tutorial gespielt hast. Also Beo E ist ein Game für alle, die es von euch gespielt haben, die verstehen den Witz, ja da bist du halt mit 1000 Stunden gerade Tutorial reif. Aber, wie schon gesagt, sie werden die Komplexität nicht runterdrehen, also es wird keine Diablo-Friendly-Einsteiger-Sache geben, sondern es ist halt wie es ist. Wer das spielen möchte, der wird sich hier über ein paar Sachen einfach drüber schauen müssen, das wird man halt einfach lernen müssen. Es ist eh jetzt nicht mehr ganz so schwierig, weil auch der Skillbaum und so weiter kann man ja nach vorgefertigten Guides spielen, dann fällt auch der Eintritt leichter, weil sie möchten halt Beo E in ihrer Schiene halten, wie es dementsprechend ist und dass es halt auch hart ist. Also hart im Sinne von, ich habe euch da noch ein Bildchen mitgebracht, weil das glaubt man ehrlich gesagt nicht so richtig so hart. Ja, also den Bildschirm mit You Have Died, den habe ich sehr, sehr oft gesehen. Ich fand es auch ganz gut, weil es gab nämlich so Instructions, so die Klassen, die man dort spielen kann, da lagen auch so Zettel auf, wo da oben steht, wie das Ganze in Kombination funktioniert. Also es läuft Pairs of Exile in so einem Rotations-Game, da wird jetzt nicht sein, drück 1, 1, 1, 1, 1 und fertig ist, sondern du hältst halt viel mehr Power, indem du diverse Fähigkeiten miteinander kombinierst. Das ist etwas, worauf sie sehr, sehr viel Wert legen. Das hat er auch in der Anspielrunde mehrfach gesagt, dass eben hier darauf und dann später auch nicht nur die Kombination, dass man jetzt sagt, okay, ich möchte jetzt diese Fähigkeit nehmen, um die Gegner zu debuffen oder sonstiges und dann nehme ich die und die Fähigkeit, um dann richtig drauf zu hauen, sondern eben, es wird dann auch Möglichkeit geben, die Skill-Gamps so anzupassen, dass man ein bisschen von diesen Rotations-Feelings, so nach dem Motto, drück 1, 2, 3, 4, um das zu haben, um das ein bisschen abzukürzen und das Ganze auch etwas komfortabler zu machen und dann natürlich der allerbeste Hinweis ist ganz genau hier unten in der Ecke. Ich zeige auch mit dem Finger drauf, weil das hat er uns und auch mir noch dreimal gesagt, es kam auch immer einer vorbei, der das hinten nochmal ins Ohr geflüstert hat, wenn du oft stirbst, benutze die Ausweichrolle. Also für die, die es vielleicht nicht wissen, die Ausweichrolle hat im Pass of Exile 2 keinen Cooldown. Das heißt also, es ist mehr immer wieder möglich, hier bei den Gegnern und Angriffen wegzurollen und das ist auch kein Joke. Also dauerhaft zu spammen oder damit Fähigkeiten und so weiter rauszunehmen, ist auch ein essentieller Part, den man hier bei BOE einfach dabei hatte und da konnte er sich das Lachen nicht verkneifen. Muss man fairerweise dazu sagen, ja das Bild war ja, bevor ich dann selbst spielen konnte, da konnte sich das Lachen einfach nicht verkneifen. Das Gleiche, wir haben auch ganz kurz ein Foto und ein paar Worte mit Chris Wilson gewechselt. Chris Wilson ist ja weiterhin für BOE 1 zuständig, also die waren super nett, wenn man dafür denkt, dass sie von Neuseeland nach Deutschland geflogen sind, waren auch komischerweise gar nicht so im Jetlag, sondern waren einfach da und bereit, den Leuten das Spiel einfach mal näher zu bringen und ich finde es echt schade, dass es noch ein gutes Jahr oder eineinhalb Jahre dauert, bis hier mal was weitergeht. Also jetzt habe ich es gespielt, jetzt möchte ich es natürlich auch gerne weiterspielen. Ich habe zwei Klassen gespielt, also einmal natürlich den Droide, weil der war ja dort neu, um das mal hier zu zeigen, ganz kurz für die unter euch, die ein bisschen tiefer im BOE drin sind. Wir waren so glaube ich Level 40 bis 45, wir hatten keinen Zugriff auf den Skillbaum, also man konnte den Talent Tree nicht öffnen, beziehungsweise in der Version nicht oder ich habe die richtige Taste nicht gefunden, aber ich habe alles gedrückt, was man drücken konnte. Man konnte nur mehr oder weniger die Games ein bisschen durchrotieren, um sich das hier halt im Detail anzuschauen und eben die Fähigkeiten miteinander zu nutzen, wie es jetzt hier war zum Beispiel den Tornado, der die Gegner rein saugt, da machst du einen Gewittersturm drüber, dann setzt du den Vulkan rein und dann stunnst du die Gegner und trampelst drüber. Also diese Fähigkeiten waren möglich, hier ist jeder kleine Vulkan im Hintergrund zu sehen. Es sieht grafisch mega, mega gut aus und war auch hier spieltechnisch einfach der Knaller. Dann habe ich noch die Krieger-Worry-Barb-Irgendwas-Mili-Klasse gespielt, weil ich wissen wollte, hey, wie sieht es mit dem Wirbelwind aus? Na ja, wisst ihr, man muss mal fairerweise sagen, mein Qualitäts-Track an ein sehr, sehr gutes Action-Role-Playing-Game, also ARPG ist, kann ich darin wirbeln, weil die ersten 1000 Stunden bei solchen Spielen muss immer ein bisschen gewirbelt werden und konnte man hier nicht wechseln, aber es gab noch diverse andere Möglichkeiten, also so ein Jumper-Bar oder so kann man auf jeden Fall nachbauen und sah auch sehr, sehr gut aus. Also von der Kombination her, ich war am Anfang ein bisschen abgetörnt, sage ich eiskalt, weil POE immer mit ihrer hohen Komplexität natürlich eine sehr, sehr begrenzte Spielerschaft sich holt und das nicht so in die breite Masse geht und das ärgert mich als Streamer immer ein bisschen, wenn ich das nicht in die breite Masse tragen kann, aber ich glaube, wenn ich es jetzt hier gespielt habe, ist Punkt 1, Diablo 4 muss sich warm anziehen und was die aktuell liefern, je nachdem man ja das Video jetzt guckt, aber was die mit Season 1 und Season 2 in Diablo 4 liefern, geliefert haben, reicht nicht aus, um POE 2 was entgegenzusetzen und wenn man jetzt die ganzen Features nimmt, die Grafik, das ganze Umgebaute, auch den Spielfluss, dieses Monstermetzelspaß, Trefferfeedback, sehen wir gerne diese großen Bereiche, die man hier als Spieler hat, das ist das, wie fühlt es sich an, wenn ich jetzt hier um diesen Vulkan stampfe oder was passiert, wenn ich jetzt das und das mache, das ist in POE 2 sehr gut umgesetzt und das bedeutet, Diablo 4 muss sich warm anziehen, weil die Disziplin, wo die das praktisch natürlich vorreitend waren, hier ein bisschen außen vor ist und dazu dann noch die Unmengen an Content, das Crafting-System und die ganzen Möglichkeiten, die du da hast, also ich glaube, dass ein sehr, sehr großer Teil der Diablo-Community, auch ein großer, natürlich ein großer Teil von der Path of Exile-Community, dass die sich POE 2 anschauen werden, dass die da rüber gehen und auch bereit sind, mal Stunden in ein Learning, in ein Tutorial und so weiter reinzustecken, um das Spiel hier auch wirklich kennenzulernen und diese Anfangs- und Einstiegshürde, es war natürlich auch so eine Geschichte, wie es mit so einer Hürde ist, aber die nehmen sie nicht weg, die nehmen sie in dem Sinne nicht weg, es wird sogar eher so, dass es von Anfang an hart ist, damit man dann gleich das Spiel auch gewohnt ist, weil auch schon der Levelpart und die Kampagne jetzt natürlich auch deutlich schwieriger sind, sage ich mal, also die Bosse, die man da fighten kann, ey, das ist kein Joke, also da stirbst du schon mehrfach, du wirst auch nicht, das hatten sie auch schon bei der Exile-Comm gezeigt, du wirst auch nicht zurückgesetzt, also beziehungsweise der Boss, wenn du es mehrfach anläufst, hat dann nicht weniger Leben, sondern du fängst immer bei Null an und das Ganze wird dann natürlich auch dementsprechend spannend, aber ich denke mal, der Gedanke dahinter ist, nicht den Einstieg jetzt künstlich einfach zu machen, damit möglichst viele Leute das Spiel starten und dann einfach im Akt 2, 3, 4 enttäuscht sind, geschweige denn im Endgame dann enttäuscht sind, weil es einfach viel, viel härter ist, als man sich das ursprünglich gedacht hatte, sondern der Gedanke hier drin ist jetzt wirklich zu sagen, okay, wir möchten die Leute gleich von Anfang an abholen, wir möchten sie gleich von Anfang an oft sterben lassen, damit sie wissen, worauf sie sich einlegen, ah, ich sehe hier unten eh links mein Warrior, ja, ich habe das auch mehrfach durchgelesen, aber es hat nichts gebracht, ja, das möchte ich mal dazu sagen, ich habe das mehrfach gelesen, aber es hat nichts gebracht, aber ja, wie auch immer, ich glaube, dass BOE 2, nachdem ich es jetzt auch mal spielen konnte, mit den Klassen, mich auch mal ganz kurz eben auch mit den jeweiligen Köpfen dahinter unterhalten konnte, die leben halt ihr Spiel, also das ist halt etwas anderes, in vielleicht so anderen, größeren Franchises, die sind halt noch voll in der Materie drin und die leben halt ihr Spiel und den kannst du mehr oder weniger alles fragen, ohne durch so einen BR-Filter oder so, sondern er sagt einfach, was der aktuelle Stand des Games ist und das war sehr, sehr spannend und auch für mich, also bei mir steht BOE 2 ganz oben auf der Liste und ich meine, ich habe ja eben schon ein bisschen BOE 1 und so gespielt, aber ich denke, dass das zwei ja nochmal ganz, ganz weit nach vorne gehen und ich hoffe auch, dass es zahlentechnisch richtig explodiert, weil es ist, glaube ich, viele Leute aus der Community versäumen, eines der besten Spiele aus dem Genre, weil halt die Komplexität und auch der Umfang und so weiter sie abschreicht und ich hoffe, dass da mit BOE 2 die Leute einfach ein bisschen dieses, das Mindset auch mitbringen, deswegen werde ich das auch in jedem Video so kommunizieren, ja, am Anfang muss man sich ein bisschen was durchlesen, ja, es ist auch die Kampagne schon schwer, aber du wirst dann am Ende definitiv mit einem Spiel mit sehr viel Tiefe und mit unbegrenzt vielen Stunden, die du da spielen kannst, dementsprechend belohnt. Wir haben einen Discord, da sind sehr, sehr viele Leute natürlich drauf, es gibt auch einen eigenen BOE Channel, wo auch immer wieder Hilfe und alles angeboten wird, also für die Leute, die vielleicht mal das Einsatz zum Vorschnuppern probieren möchten, da gibt es ja noch ein paar liegen, ich verlinke euch den Discord unterhalb, weil, wie gesagt, mit BOE 2, da bin ich mal definitiv dabei, welche Klasse ich spielen werde und so weiter, ist natürlich auch eine klare Geschichte, damit wir dann Bescheid wissen. Ja, meine Damen und Herren, das war mein Erstkontakt mit Pass of Exile 2, Fragen gerne in die Kommentare, weil ich habe sicherlich irgendwas vergessen, wenn ihr es selbst schon angespielt habt oder wenn ihr euch, ja, wenn ihr hyped sind, könnt ihr das auch gerne in die Kommentare schreiben und jetzt bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wünsche euch wie immer viel Glück, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.